Hallo und herzlich willkommen, eine neue Runde hier in Naxxramas und unser nächster Gegner wartet schon auf uns, es ist... Heigan hat mir eine Nachricht geschickt. Er verspricht euch zu schonen, wenn ihr gegen ihn keine Taten ausspielt. Na, das ist doch mal nett. Okay, ähm, der sich ganz links befindet, bekommt zwei Schaden. Okay, also es ist ein... Wie soll ich ihn beschreiben? Ja, ich glaube, wir probieren es nochmal mit unserem Magier-Deck, damit wir es eigentlich in der leichten Variante schon schaffen. Ich überlege gerade, ob ich nicht vielleicht lieber einen Priester nehmen soll, aber wir können es jetzt mal mit dem Magier. Mit Priester werde ich wahrscheinlich dann auch der Heroischen sein, okay? Ah, das ist natürlich schön, wenn wir hier unser Ei haben, bekommen wir dann natürlich gleich einen ab, weil auf ihn kann er gern zwei Schaden draufhauen. Und hier haben wir was, wenn er was mit das spielt. Okay, schauen wir mal. Runde 1. Wir spielen Chili. Das Licht beschützt mich. Und auf sie kann er dann... Ah, nein, er spielt sein Todesrot. Gut, was ist... Okay, die zwei Schaden können wir in Kauf nehmen. Und deswegen kann er hier... Drei Schaden für ihn, nochmal ein Schaden für ihn. Und jetzt wird sie eh verschwinden, weil er wird wahrscheinlich... Ah, nein, spielt doch was er wisst. Euer Tod wird mir ein Vergnügen sein. Okay. Gut, wir haben Runde 3... Ich spiele das Ei. Und das lassen wir einfach mal. Gegen ihn können wir eh gerade nichts machen. Oh, okay. Und jetzt wäre ein Feuerball nicht... Da kommt er. Einmal der Feuerball weg. Oh, bin ich ein Lusel. Gut, er spielt Schlammi. Und wir sagen vielmals Danke für unsere nette Spinne. So, nächste Runde. Wir haben Runde 5. Ähm... Auf sie möchte ich natürlich sehr gerne hier den Schaden drauf haben. Ähm... Ihn machen wir zu meinen Tanks. Und gehen direkt ins Gesicht. Ich komme aus der Leere. Okay. Ähm... Was machen wir genau? Legt einen zufälligen Dämon aus eurer Hand auf das Schlachtfeld. Und okay. Ist blöd. Ich würde sagen, wir heilen einmal. So, dann... Nehmen wir den weg. Schauen. Okay. Okay. Das sieht noch schlimmer aus. Und... Zwei, zwei... Ja. Wir lassen ihn mal dran. Und gehen mit dem Rest ins Gesicht. Okay. Noch einen. Schuhe. Okay. Den kriegen wir da mit weg. Ähm... Hiermit nehmen wir ihn. Dann... Ziehen wir noch einmal Karten. Wir kommen Wurmli. Den können wir auch als Schwäderer nehmen. Und gehen mit dem Rest direkt ins Gesicht. Okay. Also... Ja. Der sollte auch keinen. Okay. Okay. Er spielt ihn Pink. Was war das jetzt noch für einen Schaden? Ach. Seine Heldenfähigkeit. Okay. Ähm... Wir können beide eigentlich spielen. Die lassen wir mal noch drin. Den sechsten Schaden möchte ich mir behalten. Ihn spielen wir für... Ach, vielleicht ein Rage-Stone, ja. Deswegen lasse ich ihn mal ganz an der Seite. Nimm sein Pointback. Und der Rest geht direkt ins Gesicht. Ich komme aus der Leere. Ja, damit wirst du nicht gewinnen. Okay. Und er nimmt Wurmli weg. Aber das wird ihn nicht retten. Sondern wir haben da damit... Mich würde es ja eigentlich noch interessieren, was genau da dahinter liegt. Komm, wir schauen nach. So neugierig bin ich jetzt schon, was er uns da hat. Nicht? Okay. Er hat keinen. Dann beenden wir die Runde. So, das war die Runde. Das ist schön. High Gunner Unreine ist besiegt in der normalen Version. Und ich bin gespannt, was wir für Karten kriegen. Oh, klasse. Oh, da kann man es richtig schön... Wie stark das wohl ist gegen den Zodick? Gegen diese ganze Zoo-Kacke. Darauf freue ich mich echt schon. Gut. Und... Ähm... Ja. Wir kommen zum nächsten. Der nächste, der jetzt freigeschaltet ist, ist jetzt hier dieses Pilzmonster. Ich freue mich schon auf den Kampf. Den seid ihr jetzt gleich dann in der Nextion-Runde. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und... Ja. Wir sehen uns dann gleich im Nextion. Bis dann.